Jindo Berek meine Freunde was geht ab heute mal anders als sonst Was ist das Schafam und Digga Puh Wir spielen heute Warzone Ja auf meinem Channel gab es das noch nicht oft Aber ich dachte mir jo bisschen abwechselnd muss auch mal sein Das Ding in Warzone hat mir sogar echt Spaß gemacht Ich hab so mit dem lieben Loom und dem lieben STBeat paar Runden gedaddelt Und ich schwörs euch ich hab paar Leute echt gut auseinander genommen Ich zeig euch mal die Highlights davon Viel Spaß Ah Digga das kannst du keinem erzählen Mama mia Digga Ich sag nix ich sag gar n Der hat mir einfach Finisher gegeben Oh Ich hab seine Mutter Ich hab seine Mutter Oh mein Gott Oh mein Gott Pass auf ne die werden jetzt von Dings wenn viele kommen von da Ich markiert hab Von Main Dach Von Main Dach Ja klar sieht der nicht die ja Ich hab ihn kaum gemacht Oh oh Ich hab ihn dieser anderen muss rein Hier oben Das ist der letzte Ne das sind zwei Pass auf Sieg Junge Sieg Junge Was ist gut Digga aus der Luft Digga Drei Mal hintereinander Alter Ich hab ihn so gerissen Ich hab ihn so gerissen hat in der Luft Digga Ich wusste gar nicht was abzielen Digga was ist passiert hier abzielen Digga ich hab das ganze Team auseinander genommen Junge Deine Kinder Digga Ich schwör genau das sind die Reaktionen die du aufnehmen musstest Boah Gib ihn Gib ihn Gib ihn Jawoll Gib Gib Kein Beleg mich Beleg mich Ja warte 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 Fick Hol ihn jetzt Hol ihn jetzt Hol ihn Ja Ja Du bist Hol mich Hol mich Suzanne Et Ah, mein Fallschirm öffnet sich automatisch. Geil. Ey, oben ist ne Drohne. Wie landen welche? Hey, noch einer. Ich hab mir Klände gegeben, mir schwumm alles. Ich hab ihn auseinandergenommen. Du Pitch, ich hab dich auseinandergenommen. Da, an dem Auto. Schieß aufs Auto. Da. Gut gemacht, unterwegs. Ich hab echt keine Munition mehr, soviel schießen. Noch einen. Einer. Das ist der letzte, der letzte. Boah. Liegt, Digga. Maschinen sind wir, Alter. Was ist hier los? Das ist der Sport, du. Das ist der Sport. Ja. Ich denk. Ja, lass dich drum bleiben. Oder ne, über uns ist das Loch. Oh mein Gott, ich hab ihn so auseinandergenommen, ob er das gesehen. Puh. Kann ich nicht mehr. Unter die... Wobei, Nicos Gegner hat zwei Stück, drei Stück. Links, Nicos. Ja, wie komm ich hier raus? Der zwei, Nicos. Ich hab die auseinandergenommen. Das, das, das waren nicht alle. Das sind noch welche. Noch einer, Mann. Mein Gott, Nicos, Digga. Boah. Sein Tier, scheiße. Guck hier, meiner Seite. Ah, Dings. Und Pink. Feind markiert. Noch mal Unpink. Noch mal Unpink. Noch mal Unpink. Noch mal Unpink. Feind markiert. Feind markiert. Ah, scheiße, ey. Es leben noch viele, ne? Pass auf. Die Torens werden auf jeden Fall welche sein. Ich werd wieder vorne angezeigt. Nein. Oh mein Gott. Ich hübe mir hier auch. Nein. Nein. Ich hab ihn gesnipet. Oh mein Gott. Maschine. Oh mein Gott. Mach um, mach um. Oh, F*** Maschine. Mach um mein. Mach um. Mach um, mach um, mach. Da sind Leute, die holen Waffen. Die sind tot schon? Ein tot? Habe ich die getötet? Oh mein Gott. Ja, das ist Teamwipe, Digga. 3 gegen 1. Warte, lass den mal ficken, lass den Takeoff. Ist geflasht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist zibier, Digga. Das ist ausländlich, glaube ich. Oh mein Gott! Doch sie mit dicken Disrespect gegen mich würde. Falls das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und falls ihr Vorschläge habt, was man noch aufnehmen kann, bzw. was ihr sehen wollt, worauf ihr Bock habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen.